Herzlich Willkommen zur 69. Folge von Let's Play Amtik 2 der Onibus-Emulator mit mir auch wieder in Riesa. In dieser Folge zeige ich euch die Karte S-Ruft. Ihr kennt das schon, damals bin ich die Linie 4123 gefahren. Aber diesmal zeige ich euch die Linie 4124 von Asik gestürt nach Edburg Bahnhof. Unser Bus ist der Bremer MAN Line Tiki A40G. Der Bus wurde von einem guten Abonnenten von mir gewünscht. Grüße gehen raus an denjenigen. Sein Name ist hier auf YouTube Steuerung Alt F. Hier der hat sich die Linie und den Bus gewünscht. Deshalb zeigt sie auch meine neue SSI-Karte jetzt auch drin. Und es werden auch wieder regelmäßig Videos kommen für euch. Und ich bin noch, ich bin etwas erkältet. Also ich habe ein bisschen Husten und Schnupfen und so. Aber ich mache trotzdem Videos für euch. Und die Videos werden auch jetzt schön flüssig laufen. Und der Gaswetter ist wieder Stuttgart. Und wir fahren auch direkt los und wünsche ich allen viel Spaß bei der Fahrt. Anzeigen wird es auch geben. Malzeit. Malzeit. Anzeigen! 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 Schwarz 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 Die Aufnahmen auch jetzt schön mit 60 FDRs Das tut Ich habe heute, morgen alle Spiele wieder aufgemacht auf die neue FD-Karte Weil bei meiner alten HDD hat mein Onkel danach geguckt Und ja, meine alte HDD-Testplatte Ich habe mein altes Betriebssystem kaputt geschossen Und dann konnte ich auch nicht mehr Wir machen da die ganze Nacht dann gehofft in der letzten Woche Und ja Nur dass ihr Bescheid wisst Wir können euch gerne Jede Linie, jeder Bus oder so Wünschen, den ihr gerne sehen möchtet Ich bin da für alles offen in der Tierraumsee Ich bin da für alles offen in der Tierraumsee Jede Zoll-Astsäger Straße Jede Zoll-Jede Zoll-Astsäger Straße Jede Zoll-Astsäger Straße So muss ein Wind kommen Und wir gleich können Ach, wie der schöne enge Brücke Ja So Jede Zoll-Astsäger Straße Das ist jetzt schon echt komisch, da vorne fahrt wohl keine Ziegen, wo ich die AE-Liste rausgenommen habe, dass ich die NLs hier durchfahre. Das ist komisch. Hashtag Omzi, weil es geht. Schauen wir mal, ob es geht da vorne. Ja, es geht, aber lass die meisten rein. Ich glaube, wir werden hier Verspätung, eine Minute, bevor der Kollege auch weg ist. So, und können die Leute bei mir einsteigen? Hallo Leute? Ja, 20 Minuten. Gut, dann lass mich, danke schön. Entschuldigung. Ich fahre immer mit Wir haben Datum reale Uhr beteiligt Ja? Hi! Und auch mit dem Sweetfx Mod Das sieht auch ein bisschen viel schärfer aus Das steht auf W Ich bin Beide zu verschiebt ist? Steht es noch drauf? Ne, warte mal. Steht drauf. Direkt rüber schiebt sich. Da ist wieder das Zielgebiet. Lauf mir die Marke. Nein. Ammer kann auch bleiben. Also Videos kommen dann, wenn ich Lust habe. Und ja, es ist auch ein neues Update gekommen für den Bus. 1.1. Vielleicht werde ich das euch auch aufzeigen. Mal gucken. Oder wir können mal zusammen alle in ETS 2 Multiplayer zusammen fahren. Oder ich mache ein Life Team dazu. Weil ich durch Europa fahre. Machstiere. Chin . Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Ja, die einzig Kümmerler. Hallo. Hallo, Manfred. Ähm, eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Bitteschön. Hallo. Einmal. Einmal wach. Kann man nur mal. Bitteschön. Eine Einzelfahrt. Eine Einzelfahrt. Bitteschön. 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 Das ist jetzt eigentlich 60. Hier eh nicht groß. Diese Luke sind in der Baume. Boah stimmt. Ich bin noch von innen der letzten, vorgegessen, die zunächst einmal hier auf Erdbrück gefahren sind, weil es hier nicht eingefangen zu regnen beim Realwetter Stuttgart. Letztermal ist der schönste Sonnenschein. Wir müssen noch einmal wegnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach was, das ist schön mit den Leuten hier. Das ist irgendwie immer so konsequent. Das ist irgendwie so konsequent. Erst mal die Minute vorschubt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ich auch. Gerne. Natürlich habe ich die Tür am Anfang geändert. Da. Oder die Wand schon. Überall. Äh. Innenschwenktüren drin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020